Willkommen zurück zu Das und Lüsen Tell! Diesmal machen wir halt ein bisschen mit der Story weiter. Oder... Was heißt der Story? Ähm... Irgendwie weiterkommen. Weil, ähm, es hat noch so viele Geheimnisse noch offen. Das ist nicht mal feierlich. Aber was das ja nicht mal feierlich ist, ist schon gut. Der hat ne Quest für uns? Get them Chokes, boy! This means a good heaping plate of blob inspired justice with a side of... a side of beans! Cause beans are delicious when you pair them with justice! Ha! Yeah! Yeah! Ach so, er hat schon ne Quest gehabt, das auf uns. Okay, ähm... Kann man da hin? Da oben ist aber noch ein Weg, oder? Auch wenn das nicht so passt. Okay. Ok. Ja, komm! Ja, komm! ja wunderbar aber ich habe schon gemacht okay schön dann habe ich noch so ein heimisches gefunden das ist sehr schön okay mehr wollte ich nicht machen schön das war's nein Spaß beiseite wir machen jetzt weiter okay he ventured into the cerimon caverns and saved a village of natives as i understand it is actions got the water flowing again if what you tell me is true cassius would never no cassius would never keep me informed of the situation commander that is all ist das ist das jetzt pass hier ist oder wie da man sich alles schätze naja wir haben ja neue dings bekommen von daher wollte ich das mal gucken ach wirklich ich muss da irgendwie hochkommen ach weil da oben ist doch irgendwas ja ja ach komm lass ich mal das liegt auch daran dass sie sofort explodieren immer und auch schaden machen wie so ein irrer ist da oben was eigentlich ne ich glaube eher nicht noch und dann kann man wohl verwundern erfahren mein favorite customer was Was kann ich für dich tun? Ja, komm. Ich guck das, oh! Ich guck das, oh! Vorredig, okay. Oh mein Gott! XP-Bonus, plus 1 Regen, plus 8 Glück. Gucken... Ne. Gucken... Gucken... Was ein Regen, sonst ich angriffen... Na, gucken... Was ist genau das Gleiche? Äh... Ich dumm! Ah, Mann! Ja, irgendwann mal. Glaub ich, irgendwann schaffe ich mal da hochzukommen. Aber doch wirklich noch irgendwann mal... Nicht jetzt, äh... Oh... Wow! Wow, wow, wow! So, da unten ist so'n Dings, ähm... Nein. Wofür bräuchte ich denn das? Wofür bräuchte ich denn das? Versteh ich nicht! Hehehe... Weiß ich nicht, da ist so'n Teil zum Aufmachen eigentlich, ne? Geh... Wow! Und da ist er jetzt so'n Schwall... Ja! Na ja, ja! Ja, genau. Oh, 4800 Punkte musst du machen. Hm, nee! schnell durch tschüss was kann dadurch ok das war komisch ich kann da durch ihn durchschlagen na egal sage ich nicht nahe dazu weg mit dir muss echt geld sammeln ok 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 es ist schön alles hier zu sammeln da fehlt dir noch eine map oder so ein gebiet das trial habe ich schon gemacht wo auch heute nicht sehen was ich gemacht habe ich glaube ich gehe gleich level ab wieder es ist sehr schön hier aber zwei wege gewesen egal hier aber irgendwie muss ja noch sehen mit zehn prozent irgendwas deutschen und daher muss ich auch ein bisschen weniger ap und level ab der werf das sind nicht auf dich warten bitte schill mal so sicher fühle ich mich nicht besonders weil es auch schwer im Urlaub ist hardcore ist wirklich brutal mit brutal meine ich auch brutal das ist alles andere so hat er zu viel ne ja sehr schön martingolien miss da oben ist irgendwas ja 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 ich hasse den Ghoulhelm ich hoffe alles weg hier alles zu vernichten was hier auf dem Weg ist ja ja okay ja so kann man aufwarmen ne waaah so hoch mit dir ja 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 So viel los! Die ganze Welt fliegt runter. Ja, alles dick, ey. Wow. Oh ne, nicht zu schneiden. Was hast du? Gib mir mal was zu, verdammt. Ja, komm. Tote Arbeiter, okay. Ja, ja, ja. Okay. Das war komisch. Aber es hat funktioniert. Die Kiste hat schon geöffnet. Ich muss hinten mich mal... Weg dir. Ähm... Ne, okay. Ich habe, glaube ich, schon alles gewesen und ich musste eigentlich nur noch in die Stelle da hoch. Oh, ja. No gut. Oh, ja. Schuhr... Kann man da rein eigentlich? Okay. Da kann man rein. Oh, ja. was schicken was ist das denn und wohl Graf Pool ja, und es scheint, dass es funktioniert das ist großartig, jetzt, wenn du ein item brauchst, kannst du es direkt aus deinem Inventor machen schön das bedeutet nicht, dass ich dich nicht umgekommen möchte, um mich in person zu besuchen aber zumindest kann ich dich aufhören und helfe dich, wenn du mich brauchst sicher, Hayley, ich freue mich wirklich, die Hilfe nice ah, das war so ein Quest gewesen dann war es gut, dass ich nochmal hierher gekommen bin komm, hier zieht mich einmal ich mag keinen Schaden mehr, oder wie? komm 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 komm, mach was schaden, bitte hallo komm, 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 ich müsste den ersten Shishman haben haben sie es gegenseitig umgebracht, oder wie? komm, weiter, weiter, weiter ja, komm bam, wups, komm los komm, fester, fester komm komm mach eine, los ja ja ja, hau doch nicht ab, ey komm, bring mal rote Leben komm 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 komm, ich muss leuchten, rot komm komm jetzt wird zu viel ja ja, komm ja, komm noch ein bisschen komm, mach hin ja 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 komm komm 10% ist nur unter 100 ne, noch keine 10% komm, reif mich noch ein komm, komm, komm ja ich muss echt rechnen, grad ja, komm ja, komm und nach 100, bitte ja, komm ja, komm ja, komm ja, komm ne ne, noch nicht, okay okay dieses Assism ist voll schwierig, ey komm, mach komm 20 ja, komm, weiter, weiter 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 immer noch nicht oh, alter komm komm das und nach 100 HP, bitte bei 10% ist es 107 eigentlich ja, dann, danke ja gut, gut das wollte ich machen war ein bisschen schwierig, aber gut war ein bisschen schwierig, aber gut ne, das passt war ein 2 das schön ist, dass sie ich meinen eigentlich aber voll schwierig zu machen wenn 1000 Kombos weiß ich nicht, wie ich das, ähm, regeln, machen kann weil das Teil kann mich in Mon hinten einfach mal so oh oh, ein Bauplan, cool ich müsste aber testen, wie das jetzt geht eigentlich mit den Dings ja, nicht mehr lange ähm ähm ach ja, haben wir es noch hm so so, wer geht mit euch ich weiß ja, kläre ich ab, keine Sorge so wie viel Prozent haben wir denn eigentlich 53 haben wir eigentlich viel erreicht, aber egal bis zum nächsten wieder mit wieder im der die 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 der 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 dem der der dem